Gucken, ob wir irgendwo Loot finden. Sieht nicht so aus. So, Steuerung muss ich nur mal kurz überlegen. Ja, super. Oh Gott, Alter. Ah, geht doch. Ah, guck mal. So habe ich sogar Licht. Nachladen. Matsch. Kalister Credits. Kann man immer gebrauchen. Sieht ein bisschen trüb aus heute, ne? Kann das sein? Das war doch so extrem dunkel. Ja gut, macht ja nix. Dann sehen wir auch was. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So. Okay. Geh weiter zum Hintereingang. Da kontaktiere ich dich. So. Guck mal, der hat was. Oh, gedrückt halt. Ach ja, stimmt. Wir müssen ja die Implantate rausholen. Die Patienten stapeln sich auf dem Gang. Der erste Kampf vor einer Stunde. Das hört einfach nicht auf. Wir verlieren die Kontrolle. Wir müssen alle finden. Wo ist zum Zweifel ist sie? Kann man nix drücken, ne? Also diese Fenster sind ja prädestiniert für ein Jumpscare. Aber bisher war noch keiner. Ah shit, war da oben ja auch ne Kiste. Na egal. Da haben wir noch einen Jumpscare. Das ist ein Inventar. Status update. Zeig mal her. So. Ähm. So. Ähm. Jetzt will ich aber mal kurz gucken. Das kann ich doch auch liegen lassen, ne? Ach so, Munition ist das. Na ja, gut. Können wir natürlich auch gebrauchen. Ja, jetzt ist alles voll. Okay. So. 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 Okay, das wäre unsere Tür gewesen. Nee, die haben nichts. Okay. Ich wollte erst noch gucken. Oh, ich habe eine Handschule von Captain Ferris gefunden. Das ist ein Grip. Die Dreckswachen setzen ihn gerne gegen uns ein. Ja, ich erinnere mich. Aber es ist gut. Funktioniert bei allen möglichen Sachen. Ja, probier es einfach mal aus. Na, mache ich. Mhm. Und was kann man damit machen? Um zu umgeblickt zu greifen. Ja. Ja, wie? Die mittlere Maustaste geht nicht. Oh, scheiße. Wollte ich nicht. Können wir bestimmt gebrauchen, irgendwann. Aber ich will das ausprobieren jetzt. Okay. Okay. Können wir erst mal weiter gucken. Hier sieht es schon übel aus, ne? Ist das was? Nee. Okay. Ich versuche es einfach! Was ist los? Wissen wir nicht! Gut festhalten! Nicht wo die Tadelsplatte! Schnell! Sie sindâtee, die Autorne escape! ok der ist kaputt war da noch was für mich blöd bleibt hier noch was umliegend so so und ach und Mausratten ah und jetzt hey, warte, 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 warte ja ok müssen wir wohl erst wieder Energie tanken uu-ui-ui gut wo uui die noch einer hinter mir ok ok dann müssen wir erstmal wieder hier tanken so credits was hast du akku für grip batterien der grip lädt sich mit der zeit langsam wieder auf und kann auch mit einer grüpp batterie schnell aufgeladen werden wenn dem grip die energie ausgeht während du einen gegner oder ein objekt hältst wird er es fallen gelassen haben wir schon gemerkt vor allem schon stück bauch ausgetreten kann man machen wo sind wir denn jetzt gelandet können wir mal licht wo laufen wir jetzt gerade hin da fehlt echt eine map ne ich glaube ich habe die metzgerei gefunden ja ok warte dann würde ich gerade mal gucken ob hier noch was war ich bin jetzt einfach mal hier reingelaufen nicht dass wir hier loot verpassen oder so mal wieder das inventar voll oh die musik alter so was haben wir denn hier alles was wir nicht mitnehmen können ok was können wir denn noch alles bauen also pistole haben wir ja stabilitäts upgrade aber ich will jetzt mal erst mal gucken da kann man den hand schon noch verbessern das sind jetzt in die tun kann man kaufen munition ok den knüppel können wir auch noch aufrüsten ist interessant schaltet einen neuen tiefen angriff frei der nach einem erfolgreichen block des letzten angriffs eines feindes verwendet werden kann öffnet die abwehr des gegners für folgeangriffe beschleunigungs legierungshülle die die schwunggeschwindigkeit durch die reduktion aerodynamischen widerstands erhöht verlängert die dauer der nahkampf angriffskombo eines officers ok das ist nicht schlecht das geht nicht und das aufstandseindämmung schwung schaltet einen neuen schweren angriff frei ideal für extreme situation in der schaden wichtiger ist als kontrolle schneller schlagen oder härter schlagen ich glaube härter ist ganz cool da hat sich ja gar nichts verändert ok what else 900 pieten kostet das direkt ok 230 können wir hier nicht weiter daher stabilität rekonfiguriert druck durch die ergänzung eines vorderen handgriffs um rückstoß zu verringern ok das finde ich übel aber danach gibt es auch ein größeres magazin ja dann können wir froh sein dass wir dann doch hier lang sind sonst hätten wir das verpasst schwerer nahkampfangriff drücke die mittlere maustaste um einen schweren nahkampfangriff auszuführen schwerer nahkampfangriffe müssen weiter ausgeholt werden verursachen aber mehr schaden können mehrere gegner treffen und sie viel weiter zurück schlagen ok kriegen wir da auch jetzt ein test objekt da können wir ja immer noch nicht woher sind wir damals aber aufzurüsten sein hoff ich doch also das ist ja viel zu wenig so mal üben hat nix gebracht ok schnipp schnapp schnipp bitte Was haben wir denn hier? Wann kann ich die nicht öffnen? Das ging vorhin schon mal nicht. Kann ich den so mitnehmen? Nee, okay. Dann weiter. Dann lassen wir es so. Der sieht kaputt aus. Geh rein. Ich kann ihn von hier aus steuern. Bist du dir sicher? Ich lass dich langsam und sachte runter. Hoffentlich. Brems den Scheiß aus. Hey, Liars! Ich versuch's ja. Ein Motor hat einen kurzen beim Stromtransfer. Halt das Ding an! Sofort! Hey, Liars! Das System reagiert nicht. Du musst es manuell machen. Moment, was? Wie? Klemm einfach was in die Bremse. Schnell! Schnell! Komm schon, du Wurzun! Geschafft! Ja, gerade so. Ich muss herausfinden, was mit dem System nicht stemmt. Starte da unten die Stromversorgung neu und geh zum anderen Aufzug. Du bist fast da. Noch ein Aufzug. Kannst kaum erwarten. So, ich werde gerade mal was trinken von dem super leckeren Holy Energy. Link im Chat für einen kleinen Rabatt von mir. So. Warte, geht's. die viele werden ja echt beschissene mit jedem stockwerk die will ich kaputt machen das hört sich an als kommt da irgendjemand großes ach da oben im käfig nicht mehr im käfig ich habe doch zwei sicherungen angesammelt ja da kann ich hoch trotzdem will ich erst mal gucken ist nix alter blödes vieh da liegt nix da muss man nicht gucken dass man die viecher auch sieht vielleicht kann man dann reagieren die kann ich jetzt schicke leute danke für den leuchter wieder so viel wieso kommt da keine nachricht im chat ist ja komisch oh dem geht es gar nicht so gut so erstmal hier gucken wo kommt da raus so Ja, aber warte mal. Ich glaube, da geht es weiter. Dann gehen wir doch erstmal da hinten gucken. War das hier? Ja. Da. Ich glaube nämlich, dass wir da durchkommen. Da haben wir noch Credits. So, und zwar nämlich hiermit. Nee. Okay, schade. Ich dachte, damit kann man vielleicht die Zeit verlangsamen. Diese abgefahrenen Soundeffekte, ne? Das ist ein Stück. Oh, da kommt ihr. ja 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 höchst du auf, höchst du auf ach, ey, 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 ey vielleicht zwei von denen das ist gar nicht gut oh, alter, vielleicht bin ich tot boah, seid ihr verrückt, alter den komm ich so nicht ran, ne die torsicherung die lage checken mhm, mhm, okay dann wieder zurück so, ähm ne, da krieg ich nichts mehr raus okay hätte ja sein können oh, Gott, alter no mal nachladen, ne hab ich mich gerade erschrocken was hat er jetzt schon genommen anscheinend okay, Inventer voll warum geht der Streamer-Bot nicht hm ich hab zwar viel rumgebastelt heute aber am Bot hab ich nicht rumgebastelt boah, hier ist er wieder den Weg zurück finden das war er hier, ne ja, genau alter, wo war das denn ah, hier ich hab's offen ne, okay okay wo sind wir denn hier Skunk-Flinten-Bauplan wenn wir mal wissen akuma sehr geil dann muss man hier ja, Energiebandler haben wir und zwar markenlose okay, dann müssen wir mal gucken ob wir wieder äh, die falsche Knopf mal ob wir die Werkbank immer finden dann nehmen wir die Sicherung auch mit das muss ja hier gewesen sein, ne oh ich darf aber nicht mehr raus ähm da war halt sonst nix, ne wo geht's denn jetzt weiter wenn wir nicht mehr zurückkommen also da müssen wir noch irgendwie eine Fähigkeit entwickeln dass wir da durchkommen ah, ne das ist die Kiste von der anderen Seite ah okay also manchmal will er nicht rennen, ne weiß nicht warum hier war er nur genau ein Killer ah wegen dem Gewächs da unten will er da nicht rennen hat er nämlich gerade aufgehört doch, Stream Elements gibt doch der Bot merkwürdig egal okay ich nehme an, das ist unser Ausgang weiter geht's da ja nicht ne die Server versch- ah, guck an Triff Elias wieder okay dann weiter gehöre ich mir noch ein Stück Homie ich hoffe da kommt jetzt kein Vieh Froost das Ding ist echt verdammt groß Elias ich bin im Aufzug ich sehe die Sue Elias alles klar ist wirklich gewaltig, ne kannst du mich hören wer ist er doch sagt nix es war totales Chaos da kam irgendwie rein und hat alles zerlegt kommen wir noch in die Schuhe ja aber wir haben nur Notstrom also muss ich das manuell steuern keine Sorge ich bring dich da schon hin ich aktiviere die Gondel die bring dich rüber und du kommst nicht mit opferst du dich für mich sehr aufmerksam kein Loot okay hier die Treppenwind hehehe weil zur Ecken muss ich immer gucken da wir können uns noch was bauen warte freie auswahl so das ist das Ding Skunkworks Schrotflint 800 uuh ist viel ist echt viel guck mal lieber ob wir noch irgendwas verbessern können Energie Upgrade klein erhöht die maximale Energie Kapazität Aufladetempo okay können wir die Knappe noch oder den Stock verbessern ich weiß nicht ob wir immer genug Munition haben werden da gucken wir lieber dass wir den Stock hier verbessern oder Munition ja Beschleunigungs Liki halt mal wenn wir jetzt das auch noch frei hier das da Schadensupgrade Stufe 1 die Knappe erhöht den Schaden durch überladen von Energieregulatoren 900 Piepen dann machen wir die Beschleunigung das war schneller zuschlagen können Qualitätsprüfung bestätigt da hat sich optisch aber nichts getan wir haben alle Zeit der Welt mach keinen Schleiß so 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 Bis zum nächsten Mal.